hallo lange zeit ist es doch recht still gewesen hier auf meinem kanal relax rias nun kam es mal wieder dazu dass meine liebe mich in einen bücherladen mit rein schleifte ich selber bin gar nicht so die leseratte aber ich erblickte dort einige leseproben so kleine heftchen als erstes hätte ich hier eine gratis leseprobe zu amalia von flatter vampire tanzen nicht mit feen das ganze geschrieben von laura ellen anderson kapitel 1 fatal geniale falafeln es war eine trübe düstere mittwochnacht in nocturnia gerade hatte es vier uhr früh geschlagen gräfin frivoletta von flatter nippte an ihrer tasse brülltee und trommelte mit ihren langen schwarzen fingernägeln auf die große tafel im speisezimmer drakon mein dunkler der barbarische ball ist schon in drei nächten gurrte sie wir müssen noch die einladungen verschicken das essen und die musik planen da fällt mir ein hast du die heulenden wölfe gebucht graf drakons augen weiteten sich ähm ich ruf sie gleich an mein liebstes rattenherrn bitte zieh deinen besten frack an nicht wieder eins von deinen hawaii friedhofshemden und irgendwie müssen wir auch noch den kobold glibber vom letzten jahr entfernen die glibberspuren die kobolde überall hinterlassen waren berüchtigt klebriger als der klebrigste superkleber und unmöglich abzukriegen nicht schon wieder der barbarische ball stöhnte amalia von flatter und ließ sich gegen die lehne ihres stuhls fallen da kommen nur lauter alte ungeheuer und alle tragen viel zu viel rüschen und stinken bestialisch nach eau de modder amalia würde viel lieber mit ihren freunden flora und todt spielen als zum barbarischen ball zu gehen amalia von flatter sagte die gräfin streng schluss mit diesem ungefug erstens ist oder modder der erlesenste duft von ganz nocturnia vergorene fledermaus spucke und ein hauch gammelbanane und zweitens ist der barbarische ball eine familientradition da können wir alle zeigen wie flattertastisch die von flatter sind der barbarische ball war das alljährliche ereignis in nocturnia er wurde seit generationen von der familie von flatter veranstaltet und nur die allergrässlichsten gruselgestalten waren eingeladen aber es ist immer total langweilig grummelte amalia wenn bloß jemand in meinem alter da wäre du weißt doch dass der ball nur für erwachsene ist erwiderte die gräfin also muss ich auch nicht hin fragte amalia hoffnungsvoll natürlich musst du hin meinte die mutter mit einem fröhlichen lächeln du musst schließlich lernen wie man einen flattertastischen barbarischen ball organisiert damit du die tradition später einmal fortführen kannst und was wenn ich das gar nicht will brummte amalia ich will kürbisologie studieren und armen kürbissen in not helfen brefin frivoletta brach in schallendes gelächter aus sei nicht albern mein kleiner gastling du bringst noch mein augenmeck ab zum verlaufen sie schaute rasch in den spiegel hinter sich und warf sich einen luftkuss zu das heißt ja vampire hätten kein spiegelbild aber das ist reiner ungefug und niemand liebt sein spiegelbild so sehr wie gräfin frivoletta mit dem ganzen gegrabe würdest du dir bloß die zarten vampir finger ruinieren und jetzt setzt sich gerade hin das abendessen wird serviert buh ein geist kam würdevoll hereingeschwebt in der hand hielt er eine platte mit etwas das aussah wie ein haufen großer popel amalia seufzte es war sinnlos zu versuchen ihrer mutter zu erklären was sie wollte als eine von flatter musste amalia unzählige stunden vampir benimmunterricht spinnen netzweben und schier endlose vorbereitungen für den barbarischen ball über sich ergehen lassen manchmal wünschte sie wirklich sie würde zu einer anderen familie gehören die fatal genialen falafeln eure düsterkeit verkündete buh es war der angesehenste geister paddler in ganz nocturnia anders als allgemein angenommen trinken vampire gar kein blut davon kriegen sie mundgeruch danke buh sagt die gräfin amalia verschränkte missmutig die arme und schnippte ein stück falafel auf den boden ihr hauskürbis kürbinian verschlang es gierig bevor er auf ihren schoß hüpfte amalia kicherte hallo kürbinian willst du noch mehr falafeln die schmecken dir ja am allerbesten nicht wahr kürbinian wackelte zustimmend mit dem stil amalia schob sich eine gabel schwefelspinat in den mund vielleicht kommt dieses jahr auch könig wladimir zum ball nuschelte sie bestimmt nicht erwiderte gräfin frivolita seit dem feenvorfall hat er den palast nicht mehr verlassen sie wendete sich an ihren gatten drakon mein grauseliges gnome gesicht du könntest dich wirklich mehr um den könig bemühen ihr wart früher so gute freunde graf drakon stieß einen tiefen seufzer aus das hat keinen zweck mein schauderhafter stinkeatem er will niemanden sehen oder sprechen schade meinte frivolita seit ihr euch nicht mehr zum augapfel boccia trefft bist du ganz besessen von diesen wortkreuzrätseln kreuzworträtseln meine liebe verbesserte graf drakon sie aber wenn der könig unsere einladung zum ball doch annimmt bringt er dann auch seinen sohn mit fragte amalia und ihre mine hält sich auf oder darf prinz marello nicht kommen weil er nicht erwachsen ist prinz marello ist der zukünftige könig er ist immer willkommen flötete die gräfin aber vergiss nicht dass seine mutter von einer fee gefressen wurde amalia wandte graf drakon ein es würde mich wundern wenn der könig ihn je wieder aus dem palast lässt grinsender grottenolm ich würde verrückt werden wenn ich nicht raus zu meinen freunden dürfte erwiderte amalia genug geschnattert mein kleiner gasling jetzt isst auf bevor deine falafeln kalt werden und dann ab ins bett mit dir gräfin frivolita kniff amalia in die wange schließlich soll deine haut schön fahl und totenbleich bleiben aber mam heute kommt das finale des großen grabsteingravierens im fernsehen kann ich nicht noch ein bisschen aufbleiben bettelte amalia plötzlich dröhnte ein ohrenbetäubendes bumm durch die villa von flatter erwarten wir heute noch besuch meine schwabbelige schweißdrüse fragte gräfin frivolita ihren gatten ohne auf seine antwort zu warten rief sie bumm schau bitte sofort nach wer es ist einen augenblick später brachte bumm einen goldenen umschlag ein brief für euch eure düsterheit vom könig kapitel 2 flora und tod der könig kommt vom ball schrie flora zottelsee sie war amalias beste freundin und schrie eigentlich immer sie war 1 80 groß und von kopf bis fuß behaart alles an ihr war gewaltig selbst ihre stimme aber dafür auch ihr herz das übrigens ebenfalls behaart war amalia köbinian und flora saßen unter dem versteinerten baum der wie ein reinhorn aussieht wo sie sich jede nacht vor der schule trafen wie aufregend schrie flora und machte sich über eine schüssel hornflakes her und er bringt den prinzen mit ergänzte amalia begeistert dann habe ich endlich jemanden in meinem alter mit dem ich spielen kann obwohl es mir natürlich am liebsten wäre wenn tod und du kommen könnten schon okay sagte flora und legte amalia einen haarigen arm um die schultern ich würd blof alle neidisch machen mit meinem tollen auffähnen sie grinste und erblößte spitze zähne die in alle richtungen standen die freundinnen lachten los köbinian hüpfte pustend auf und ab bevor er sich auf amalias schoß kuschelte und sich den bauch streicheln ließ hallo leute rief eine hohe stimme von der anderen seite des friedhofs hinüber es war tod schnitters amalias bester freund tod war zart und niedlich und verderben war sein zweiter vorname ja er hieß wirklich so er kümmerte sich um den tod von kleinen wesen wie plattgefahrenen kröten aber später einmal würde er die aufgaben von seinem papa moors und damit auch die größeren übleren fälle übernehmen tod rief amalia ich habe riesige neuigkeiten geht es um das große grabsteingravieren fragte tod ich hatte nämlich echt gedacht dass william weh hey 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 nichts verraten amalia hielt sich die ohren zu ich hab das finale noch nicht gesehen was ist es dann fragte tod der könig kommt vom ball platzte flora heraus wow den hat seit jahren keiner mehr zu gesicht gekriegt erwiderte tod ich hatte schon angst er wäre gestorben papa moors guckt ständig auf sein schreifon damit er ihn nicht verpasst kann ja mal vorkommen die schulknochen der katakombenakademie klapperten der unterricht ging los aber das ist noch nicht alles sagte amalia hastig prinz marello kommt auch vielleicht wird es dann dieses jahr sogar mal lustig tod lächelte ja hoffentlich sagte amalia glaubst du der prinz spielt gerne kobold fangen katakombenakademie tod flora amalia rief die schulleiterin miss violet skelett beeilt euch sonst kommt ihr zu spät zur fürchterlichen versammlung schnell liefen amalia und ihre freunde hinunter in die gruft auf wessen schoß willst du heute sitzen köbinian fragte amalia köbinian sprang auf ihren arm und leckte ihr übers gesicht damit wäre das wohl geklärt sagte sie lachend in der gruft spielte der musiklehrer mr blob gerade den todesmarsch auf der orgel dann explodierte er womit die versammlung offiziell begann einer seiner augäpfel landete in der kapuze von tods umang immer ich todt schnitt eine grimasse ok kinder bitte setzt euch auf eure säulensockel rief miss violet skelett ich darf euch heute etwas sensationelles ankündigen wie ihr alle wisst findet in ein paar nächten der barbarische ball statt und in diesem jahr wird auch könig wladimir daran teilnehmen zusammen mit seinem sohn prinz marello aufgeregtes gemurmel erfüllt die guft außerdem besucht prinz marello als teil seiner königlichen ausbildung von heute nacht an die katakommen akademie um die jungen bewohner von nocturnia besser kennen zu lernen die gesamte schüler schar brach in freudiges quieken und rülpsen aus ist es nicht einfach schrecklich daß seine mutter von einer fee gefressen wurde rief frankistein ihr gesicht war von nähten überzogen und in ihrem hals steckten schrauben ja soweit die leseprobe im anschluss auf der nächsten seite noch ein paar worte zur autorin mit einer doch recht wilden frisur laura allen anderson ist eine erfolgreiche illustratorin aus england sie ist süchtig nach kaffee verbringt jede freie minute mit zeichnen sie würde sehr gerne auf dem mond leben wenn das endlich möglich wird amalia von flutter ist ihre erste kinderbuch serie die sie sowohl geschrieben als auch gezeichnet hat so lustig können vampire sein amalia ist ein ganz normales vampire mädchen mit kleinen fangzellen und zwei monster guten freunden ihre eltern wollen wie jedes jahr ein großes fest feiern und juhu dieses mal ist sogar noch ein anderer vampire junge eingeladen doch prinz marillo stellt alles auf den kopf und entführt amalias kleinen kürbis gemeinsam mit ihren freunden macht amalia sich auf den weg um ihr geliebtes haustier zurückzuholen ja soweit die beschreibung und wie alle wohl jetzt auch erkennen könntet oder daraus entnehmen könnt handelt es sich dann doch wohl eher um ein kinderbuch ja und sollte euch das ganze jetzt so weit gefallen haben will ich mal schauen ob ich von diesen anderen leseproben die mir hier gerade vorliegen vielleicht auch noch die eine oder andere vortrage in nächster zeit das jedenfalls soll es für heute gewesen sein und ich mache einfach mal kurz die flatter also ciao 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 ciao